Sie treffen Entscheidungen, die uns alle betreffen. Sie schwingen große Reden, die aber keiner versteht. Nur einer redet wirklich Klartext. Lesen Sie die Presseerklärung und ziehen Sie daraus Ihre eigenen Schlüsse. Ich habe der Erklärung, die wir gestern an die Presse gegeben haben, nichts hinzuzufügen. Wer so die Hosen runterlässt, entfacht im Volk Begeisterung für Politik. Wer versteht, was Merkel macht, Steffen Seibern. Franz und Georg sind Deutschlands erste und einzige Steffen-Seibern-Ultras. Alles außer Seibern, die Scheiße! Freitag, 11.30 Uhr ist für die beiden ein Fix-Termin. Tag. Moment. Hammer. Also wenn der Seibern Heimspiel hat, also Bundespressekonferenz, sind wir selbstverständlich immer dabei. Ah, fuck. Wie ist der ausgerechnet der Seibern? Das kann man nicht erklären, das kommt von hier. Mein Vater war schon Fan von Klaus Bölling, der war eine Legende als Regierungssprecher. Von 74 bis 80. Das hat mich infiziert. Schalom, Möller! Ich begrüße ganz herzlich den Regierungssprecher Steffen Seibert. Ja, du Steffen! Einmal im Jahr fahren wir nach Berlin und mit Steffen Seibert vor der Bundespressekonferenz war persönlich. Berlin! Berlin! Wir fahren nach Berlin! Ich halte dem Text der Presseerklärung nichts hinzuzufügen. Ja! Was ist das? Keine Scheiße! Seiber! Eins! Frankfurt Allgemeine! Null! Danke! Bitte! Schalalala! Das bringt die Scheiße besser drüber als unser Steffi. Schalalala!